Prinz Harry und Meghan Markle werden in Hollywood-Berichten zufolge aufgrund ihrer hohen Personalfluktuation und eines aktuellen Berichts kaltgestellt. Nach den jüngsten Abgängen von Mitarbeitern in Camp Sussex behauptet ein vernichtender Bericht des Hollywood-Reporter, Meghan Markle, die Herzogin von Sussex, erniedrige und erschrecke die Leute. Der Bericht besagt, dass Meghan Markle von ihren Mitarbeitern auch als schwierige Herzogin bezeichnet wurde, neben weiteren Behauptungen, sie nehme keine Ratschläge an. Die Publikation berichtete über Anschuldigungen, Meghan marschiere wie einer Diktatorin in High Heels herum, Stinke und Bällebefehle, und fügte hinzu, ich habe gesehen, wie sie erwachsene Männer zu Tränen gerührt hat. Die neuen Anschuldigungen sind Teil einer Studie über einen Exodus von Mitarbeitern, die für die Sussexes gearbeitet hatten, darunter der Stabschef des Bares, George Kettler, der im August nach drei Monaten von seiner Stelle zurücktrat. Die Behauptungen kommen auch, da Prinz Harry am 15. September seinen 40. Geburtstag feiern wird. Eine andere Quelle deutet an, dass er sich in den USA zunehmend einsam fühle und seinen Sicherheitsbeamten David Langdaun als seinen besten Freund betrachte. Obwohl Kettler auf Probe eingestellt worden war, als er die Rolle bei Harry und Meghan übernahm, berichtete das US-Magazin People, dass die Entscheidung, sich zu trennen, einvernehmlich war und beide Seiten sich einig waren, dass es nicht das Richtige war. Sein Abgang hat auch die Probleme aufgezeigt, die Harry und Meghan bei der Mitarbeiterbindung hatten. Kettler reiht sich in eine wachsende Liste ehemaliger Mitarbeiter ein, darunter Theuer Holness, ihre globale Pressesprecherin bis 2022, und Christine Wallschirmer, ihre PR-Leiterin, die 2021 ging. Weitere bemerkenswerte Abgänge sind Catherine Estilorand, die ein Jahr lang ihre Wohltätigkeitsorganisation Archivelle leitete, und Mandana Dayani, die Kuh von Archivelle. Sogar Ben Browning, der den Netflix-Deal für ihre Dokumentation sicherte, und Marketing-Chefin Farah Thela sind gegangen. Während das Paar versucht hat, ein positives Image zu pflegen und sich auf Dankbarkeit und Selbsthilfe zu konzentrieren, hat ihr Führungsstilberichten zufolge hinter den Kulissen zu erheblichen Reibereien geführt. Der Hollywood-Reporter enthüllte weiter Meghans laute Wutanfälle und wütende E-Mails um 5 Uhr morgens, die ihr den Spitznamen Herzogin schwierig einbrachten. Der Herzog und die Herzogin von Sussex machten 2020 Schlagzeilen mit ihrem überraschenden Rückzug von ihren königlichen Pflichten, entschieden sich für ein unabhängiges Leben auf der anderen Seite des großen Teichs in Amerika und begannen kürzlich falsch königliche Touren rund um die Welt. Obwohl Harry kürzlich erklärte, seine Nachkommen seien die besten Geschenke, die er je bekommen habe, scheint es zunehmend Spekulationen über die Unzufriedenheit des Prinzen mit seinem Weggang aus Großbritannien zu geben. Ein angeblicher Insider aus dem Umfeld des Sussexpaares verriet der Sun, Harry fühlt sich in Kalifornien immer isolierter, weshalb er sich wieder mit alten Freunden in der Heimat trifft. Die Reise nach Kolumbien hat auch deutlich gezeigt, wie gut Meghan sich im Rampenlicht fühlt, während Harry im Hintergrund eine sehr schmollende, unglückliche Figur abgibt. Der Herzog wird seinen Geburtstag voraussichtlich mit Meghan und ihren Kindern verbringen, gefolgt von einer Feier mit engen Freunden.